willkommen zu heroes wir versuchen immer noch die elemente zu lernen also was dagegen was da macht das schaden wenn das element ist macht es nicht so dass die ballisten hat keinen bonuss schaden und damit ist ihnen auch schon so gut wie erledigt der sache kommt er dann nehmen oder nicht vorher gegen wasser würde wohl kaum bonusschaden machen der macht auch kein toll so lerne ich doch nichts dazu man 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 und hier gibt es kreaturen können sich nicht anschließen kein platz in der armee ja das ist richtig warte ich habe eine gute idee hatte meine burg ist da die ist nein warte meine burg ist da ich bin oh mein gott ich bin gelaufen oder laufe ich gleich wieder hier hin und hol mir dann kein wunder dass sie so schwach sind diese direkt vor meiner burg die recht vor meiner bursche so wasser gegen erde macht und schon gewonnen ich blickste das irgendwo erklärt vielleicht wenn ich mal auf seine fähigkeit hier gehe da gestattete text natürlich mit jeder element zu sehen so dass ein helden gewirkt das klick zauber zusätzlich elementarschein ansicht nee das ist und das ist ein schritt da fand ich einen wenn man einfach nicht von der helden stufe nee nee das ist schon elementarsicht einfach zwingende magie ist hier aber nicht erklärt kann ich weiter laufen in der serunde dann könnten wir jetzt noch hier nach unten laufen da ist noch ein weg und ansonsten mit der trappe nach oben ich glaube ich bleibe also ich will zuerst meine unterwelt bleiben mich umschauen alles entdecken was zu entdecken gibt und dann das wäre schön wenn ich jetzt schon dieses näher also so viel von dem anderen zeug habe ich nicht dass ich so viel obwohl auf 12 davon und so das ist schon schon eine menge erst mal kaufen wir einheiten hier akuma wir haben ja nicht mal genug geld um einheiten zu kaufen gibt es doch nicht hatte ich nicht gerade zeitfach ich habe keine schatten dinge gehabt so dann kann ich den jetzt auch opfern eine blutfolie mehr in der woche naja bringen mehr als diese runde da wenn ich jetzt kein geld habe um die das handlinge auch abzugraden dann habe ich ja nichts davon das endet nicht bis dahin na dann kann ich ja jetzt noch irgendwas machen irgendwas 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 ein mal ein glück jetzt kann ich noch ein paar einheiten kaufen und zwar diese kärle hier vor sieben sogar davon crazy schild 17 ist ja schon eine deutlich schöner zahlen soll jetzt gucken wir auch weil ich hier was ja hier wahrscheinlich nur nicht abgeräte stelle ich vermehrung von späher nach so ja steigert die vermehrung das war das soll mir reichen habe ich das hier schon habe ich sondern ich bin verwirrt ich so gucke gibt es den weg nach unten gibt es nicht auch ich dachte für karte doch nicht okay dann bin ich den ganzen kreis gelaufen dann gibt es nur noch den weg da gibt es doch nur noch den weg nach oben die lange reise hast du vor dir mein junger jahre lag nein war er lag so wie glora nur mit nur dass er kein pokémon ist wir haben es schon fast geschafft wir haben es bald hinter uns vielleicht nur noch mehr kristalle und mehr gold es kann nicht sein dass ich ein paar unten drum renne und dann von meinem gold nicht alles kaufen kann okay doch kann es ich will aber mehr gold mehr 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 20 schäbel wie viel komisch wollten aber kristall kristall kristalle 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 aber vor allem muss ich naja dann nochmal zurück sein wenn ich neue kreaturen will oh die oberwelt frische luft edelsteine weg von mir fliehende dingens magier einfach landkonten katapult edelsteinmine erobert fledermäuse schlachtet die fledermäuse geht gar nicht geht ja gar nicht ich sehe immer noch keine orange soll das denn ledermäuschen mäuschen äschen mag kleines mäuschen vorher ist das mit dem wasser angreifen das sollte wohl auch schaden machen 519 wasserschaden schön schön aber was dagegen feuer das war offensichtlich das wusste ja sogar ich macht macht er denn auch zu sich schaden er sollten nicht das wäre ja unsinn wo ich darf das sehen und wissen und benutzen so einer der ist wind der er ist auch wenn die wind gegen feuer würde ich sagen macht zusätzlich schaden tut es aber nicht nur wasser macht gegen feuer zusätzlich schaden und hier ist sowieso kein zusätzlich schaden sind es kommt man mal mit alle fünf langweilig er hätte mich fast erreicht so das ist jetzt mit weiß ich nicht was er ist feuer mit erde auf feuer wasser macht gegen feuer zusätzlich schaden das ist schon so ein kreis als man sich nicht sterben dass die auch immer sofort sterben müssen wasser auf feuer ist klar feuer wird dann von wind wenn wir dem nach von erde und erde wird dem nach von wasser müsste so sein wasser müsste anscheinend in den ball das bin ich mir recht wenn ihr wenn das ich weiß nicht ein einholer eine und ist eine polisse auf jeden fall mindestens einmal muss ich noch zurück sein weil weil jemand nach ein abgeräten muss danach kann ich ja dieses trans die transfer zauber benutzen aber mindestens einmal muss ich noch muss ich noch zurück einhörner wie stark ist in so ein einhorn wenn es mit feuer kämpft zu sehen schaden hätte ich hatte ja vorher gegen feuer wasser so wind gegen feuer noch kein ist was natürlich mein ding ist beide feuer wenn die beide feuer sind dann ist egal wenn ich da bin ich angreifen also wasser gegen erde das muss ich erst mal erfinden er ist gestorben noch mehr gestorben wie konnte das nur geschehen wie konnte es nur dazu kommen alle tobt ja 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 und schon wieder in der part das kann doch nicht wahr sein 8 Minuten Part kam mir mega kurz vor